So, jetzt zum Dorf. Wo ist es denn? Ach, lang, lang ist es her. Lang, lang ist es her. Kommt mir so vor, es ist ein bisschen abgebrannt. Sieht so ein bisschen, naja, komisch aus. Hallo, Stammesmutter? Sieht so, sieht so ein bisschen ab. Sieht so, sieht so ein bisschen ab. So, das ist doch nicht so. Sieht so, wie es sonst so? Sieht so, dass Sie hier nur die Altaune sagen. So, sieht so, auf jeden Fallkart. Sieht so, was Sieht so? Sieht so, sieht so aus. Sieht so aus. So, sieht so aus. Sieht, wie es uns ab. Charles Lee Du kleines Arschloch Das wollen wir Ja genau deswegen Mit unblutigen Methoden verhindern Deswegen richte ich doch besser die Waffe aus Ui Da hinten sind also die ganzen Leute Sind ja doch so einige Also den Wo laufen sie denn so schön hin Also einer läuft rum Am besten ich versuche das Ganze nach Möglichkeit heimlich zu machen Ich mach am besten Von rechts nach links Gehe ich jetzt am besten vor So Da hinten läuft einer rum Dreht er sich irgendwann wieder um Und kommt wieder her Oder was macht er jetzt Der bleibt da jetzt ein bisschen stehen Und was macht er jetzt Dreht er sich wieder um Und läuft in diese Richtung Das wäre ganz nice von ihm Oder bleibt er da jetzt so stehen Bis in alle Ewigkeit Ich glaube er bleibt da jetzt mal eine ganze Zeit stehen Oh hier sind zwei So Okay Zwei sind ausgelöscht Also ausgelöscht Was Ja ich hab keine andere Wahl Als die direkt zu konfrontieren Zack und Bums So Scheiße Aua Was Der Angriff wurde nicht verhindert Scheiße Weil hier ist die ganze Arbeit umsonst Oh jetzt nochmal das Ganze von vorne Ist natürlich auch undankbar Ja ich hab's verstanden Ich hab's verstanden Sind immer paarweise immer unterwegs Das macht das natürlich alles Deutlich schwieriger Nein Ich jage dich Fuck 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 Das sieht nicht gut aus Autsch Komm her So Okay Okay Das ist erledigt Dann hier oben Sind die nächsten Ui Zack Du bist weg Du bist weg Und da hinten sind das auch zwei Oder ist das einer Oh ja auf jeden Fall Fuck Fuck Nein die haben mich nicht gesehen Kannst ja bitte aus dem Weg gehen Hirsch Hirsch Oder Reh Oder was auch immer Kannst ja bitte weg Ist ja so voll nice und so Dann muss ich das so machen Komm her Und zack So Dann ist das erledigt Was kommt denn jetzt Was kommt denn jetzt Was kommt denn jetzt Wie Ich kann jetzt Ich kann jetzt Schau Ich kann es Ich kann es Aus Ich kann sie Und hier kommen sie, ob sie zu tun. Der Wurf ist eigentlich so gut drauf. Und wie es da sind hier drin? Das Brutto ist einfach da und auch hier drauf. Die sind nicht wahr. Die sind nicht mit mir eingeführt. Nur sind doch etwas zuко, die Arme an. Also, die sind nicht mit einem Schaden. Die sind ja nicht mit einem Schaden. Das ist nicht so gut aufgebracht. Sie wissen, was du das gerne um. Ihr könnt ja so einfachen. Was war ich da? Ich habe gedacht, es gab es einen. Nooo! Warum? Na gut, aus Notwehr, aber warum? Oh no. Nooo! Oh no! Oh no! Ooh! Ah, Connor. Du hast es auch nicht einfach. Ach, tu es mir gerade ganz schön leid. Ja, missbraucht es Vertrauen. Ach. Mensch, ich habe gerade richtig Mitleid mit ihm. Guck, da liegt sein toter Freund. Hat er Geld dabei? Kann ich den plündern? Nö. Wo kann ich denn jetzt hin? Beziehungsweise, wo muss ich denn jetzt hin? Oh, natürlich kann ich dann schnell reisen. Ja. Dann. Ja. Fort Templer. Oh. Ich bin gerade so ein interaktives Gespräch. Gehen wir doch da mal hin. Ich bin da interessiert, was die ja wohl zu sagen haben. Zip, zip. Ach, Connor. Oh, das mit dem Freund tut mir gerade richtig leid. Er hatte zwar irgendwie keine andere Wahl, weil er ihn töten wollte. Aber traurig ist es trotzdem irgendwie. So, hier drin. Hallo. Reden. Oh, Naoh Belgian. Nein. Oh, laun. Naoh. Da Ja. Das war's für heute. Ach, noch ein interaktives Gespräch. Kann ich nochmal reden? Ja, anscheinend nicht. Anscheinend gibt es ja nichts mehr. Ach ja, Connor. Dann wollen wir zurück zur Hauptmission weiter. Auch wenn ich gerade... Ich bin immer auch total bedrückt. Okay, ich muss mich irgendwie ablenken. Ich muss irgendwelche Tiere jagen. Anders kann ich mich nicht davon ablenken. So, auf die Bäume hüpfen und gucken, was so hier rumläuft. Ich hab was gehört. Da unten ist was. Sehen, wo habe ich denn die versteckte Klinge oben? Na? Und... Tio. So, dann wollen wir doch mal. Heute. Jo, danke sehr. So, dann hier hoch. Wo er überall hochklettern kann. Unglaublich. Hm. Okay, hier kann ich hoch. Oh, was ist denn hier los? Ach so. Ich hab sie aufgeschreckt. Und da ist ein Fuchs. Ja, der war schön still. Den konnte man gut erlegen. Und er schwebt. Oh mein Gott. So, Fuchspelze halten. Ach, war es hier nicht die Stelle, wo wir damals das Jahr angelernt haben? Also, wie als Spieler konnte es ja schon länger. War es hier nicht die Stelle? Da ist ein Hirsch. Zack. Da ist noch ein Vieh. Es ist alles voll. Mit Tieren und so. Richtig lebhaft, die alles. So viel Leben in diesem Wald. Zack. 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 Ach, sie hat mich nicht gesehen, weil ich ein Assassiner bin. Haha. So. Der Boden ist Lava. Sag ich jetzt einfach mal so, um mir das alles ein bisschen spannender zu machen. Ich muss hier aber über den Fluss. Hm. Ah, hier kann ich runter. Zip. Na gut, dann komme ich trotzdem auf den Boden. Ach, ist egal. Ah, du bist hier verbrannt. Ja toll. Na und? Na und? Hallo, Dierschen. Ich kriege dich. Na gut, doch nicht. Da war ich doch ein bisschen optimistisch. Da war ich doch ein bisschen optimistisch. War es hier nicht die Stelle? Ja. Siehst du hier immer auf der Heuwagen? Nö. Ei, 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 ei. So, und hier runter. Hier ist aber ein... Ja, man, den Connor nicht reinkommt, aber er braucht auch nicht. Hat er gar nicht nötig. So. Komm, wie er als Ninja-Assassin fährt. So, dann wollen wir doch mal in den Weg reiten. Das geht doch viel schneller. Ach. Na komm. So. Und los. Och ja, ich hasse diese langen Reisen. Ich hasse sie. Ich hasse sie wie die Pest. So. Und. Im Galopp. Aber wir sind gleich da. So, ich musste kurz meinen linken Daumen neu justieren. Ich hatte nämlich nicht mehr so einen besonders guten Hals. Auf dem Stick. Da hinten ist wieder was los. Ich glaube, er ist um Reitiglier. So. Vielen Dank.